Prost! Wir bewegen uns ein wenig weiter im Branche des Minimalen Equipment. Die letzten Daten haben schon ein paar Videos geteilt. Heute schauen wir uns was an Berlin an. Normalerweise sind die Linke ganz gut verhandelt und wir können alles damit machen, was ihr mit einem TRX machen könnt. Aber gerade wenn ihr seine Klinge zugestanden hängen habt, und so, das ist einfach nicht ein Board, und es kann sein, dass der ihn nur Wert hat, zu verkraften. Wir wollen trotzdem am oberen Rücken arbeiten, besonders darin brauchen wir Ideen. Das heißt, wir machen einen inverted roll, allerdings aus einer Taktposition. Das heißt, der normale inverted roll, hier, diagonaler Zug, ist eventuell nicht vertretbar. Deswegen machen wir diesmal hier. Hinlegen. Knie. Zur Prost. Und werfen wir an. Oberflachen. Zeig. Untertitelung. 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 Untertitelung.